Willkommen zu einem neuen Abenteuer, heute dem Naturparadies. Ihr werdet noch sehen, warum das Naturparadies heißt, weil es ist einfach so ein richtig verlassener See. Also es ist einfach ein wunderschöner, naturbelassener See, wo einfach niemand ist und es ist wirklich wunderschön und dort gibt es auch wieder so eine Schaukel wie die aus dem Lianen Video. Das Abenteuer werden heute ich und André, den ihr schon kennt, gemeinsam erleben. Also wünsche ich euch viel Spaß mit den Bildern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's auch schon wieder von dem Naturparadies-Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge für neue oder andere Abenteuer habt, die man hier in Wien oder in der Umgebung machen kann. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Folgt mir auf Snapchat jetzt auch. Da heiße ich Diasnap. Facebook, Twitter und Instagram. Steht alles in der Beschreibung. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ich bin ondrasch. Seht ihr auch, wie ihr jetzt schon gemerkt habt, immer wieder. Also, bis im nächsten Video. Ciao. Ciao.